Moin Leute und willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es um die schönen Jacken, die wir anhaben. Um die Jacken. Wir haben hier noch zwei weitere Jacken hängen. Heute stellen wir euch die Bodaskins-Kollektion vor, beziehungsweise unsere Erfahrungen mit Bodaskins. Wir haben schon zwei Jacken an. Im Partner-Look. Ja, was für Jacken hat Bodaskins? Erstmal, Bodaskins ist ein Unternehmen, was den Hauptsitz in der UK hat. Ist aber weltweiter Versand. Und Bodaskins ist so ein bisschen bekannt geworden durch die Lederjacken. Jetzt haben wir natürlich keine Lederjacke an, sondern eine richtig flauschige und vor allen Dingen richtig warme Daunenjacke. Wir haben Bodaskins in Hamburg bei ihrem Pop-Up-Store getroffen. Und wie war es für dich? Richtig schön. Wir haben so eine Riesenauswahl. Ich hätte am liebsten alle Jacken mitgenommen. Alle Jacken. Es waren so viele schöne Jacken dabei. Richtig schön. Wahnsinn, ne? Wir haben uns dann für die Daunenjacke entschieden. Und die rettet uns beim Shooten den Allerwertesten. Es ist so kalt zurzeit. Pop-Up-Store kannte ich auch erst nicht ganz so. Bodaskins hat zu einer gewissen Saisonzeit in verschiedenen Städten immer einen Store. Einen zeitlich begrenzten Store, meistens nur zwei bis drei Tage, wo sie ihre komplette Kollektion für die Leute örtlich zum Kaufen, zum Anschauen, zum Inspirieren freigibt. Sprich, man kann sich anmelden oder Corona-Bedingungen, dass man dann dorthin kann, sich das angucken kann und sich für eine Jacke entscheiden kann. Ja, wir haben uns wie gesagt für die Daunenjacke entschieden. Erstmal die Qualität ist der Wahnsinn. Sie ist super plüschig, super weich. Sie hat super coole Details. Also jeder Reißverschluss ist wirklich Qualität. Genau, oder? Ja, ich liebe sie. Ich glaube, das sagt alles. Bodaskins hat aber, wie gesagt, eigentlich so dieses Klischee Lederjacken. Bodaskins, da assoziiert man sofort Lederjacken. Und die haben wir natürlich auch noch hier. Die hast du schon, bevor wir uns kannten, geholt. Ja. Genau. Schon echt sehr, sehr lange. Aber die Qualität ist auch da richtig gut. Also die hält ewig. Die hält ewig. Also da ist gar nichts dran, obwohl ich schon bestimmt vier Jahre habe. Genau. Hier sieht man auch das Zeichen noch von der UK. Moment, wo ist es dran? Hier. Wie war das mit dem Versand, Romina? Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange der gedauert hat. Ja, der Versand kommt aus der UK. Jeder von euch hat den Brexit mitbekommen. Wir haben aber gar keine Probleme mit Bodaskins direkt gehabt. Wir hatten ein paar Probleme mit FedEx, die unsere Pakete ein bisschen verschlampt haben. Muss man natürlich auch beachten. Klar, Bodaskins muss das ja irgendwie versenden. Es lag an FedEx, dass unsere Pakete etwas länger gedauert haben. Aber wie gesagt, sonst die Pop-Up-Stores. Und ich glaube, das ist auch nicht das übliche Szenario. Ja, wollen wir einmal in die Lederjacken springen? Mhm. So, einfach mal ran klatschen und dann drei, zwei, eins. Wuhu, das ging schnell. Wir sind in die Lederjacken gesprungen. Ja, wie fühlt sich die Lederjacken an? Hast du wirklich dieses weiche Komfort, was man immer so sich wünscht? Weiches Leder, was sich anpasst? Ja, auf jeden Fall. Absolut. Die ist echt super bequem, super weich. Also schmiegt sich gut an. Genau, das ist das Wort. Schmiegt sich an. Vor allem, du hast sie auch schon ein paar Jahre. Ja. Und sie hat trotzdem noch die gleiche Qualität. Ja, total. Also Lederjacke geht absolut, die Empfehlung geht absolut raus. Ja. Das ist auch genauso bei meiner Lederjacke. Ich trage übrigens bei einer Größe von 1,90, 86 Kilo Größe L. Ich empfehle euch tendenziell eine Nummer größer, auch bei den Jacken, da sie doch etwas kleiner ausfallen, nach meinem Sinn. Also normalerweise so M, hier trage ich L. Was trägst du? Ich trage tatsächlich kleiner als normal. Also ich trage XXS in beiden Jacken. Okay. Und normal eigentlich XSS. Bei Frauen so, bei Männer so. Ansonsten guckt euch bei den Pop-Up-Store nochmal. Ja. Zu den Preisen. Buddha Skins ruft schon teure Preise auf. Ja. Also wirklich, ich, um und bei, die Jacken sind so bei 500 bis 600 teilweise, die Lederjacken. Angebote natürlich ausgenommen. Die Down-Jacken waren jetzt aber auch aus der aktuellen Kollektion. Ich glaube, die waren sogar mit 700. Ist ein sehr stolzer Preis. Wenn man aber bedenkt, dass die Jacken wirklich lange halten, man wirklich lange sehr viel Spaß damit hat und man sich nicht jedes Jahr eine neue Jacke kaufen muss, lohnt sich das wirklich. Ja, auf jeden Fall. Also genau. Und vor allen Dingen, Buddha Skins hat nicht nur Lederjacken, Down-Jacken. Sie entwickeln sich immer weiter. Es gibt College-Jacken, College-Lederjacken. Wir haben Mäntel. Wir haben Ledermäntel gefunden. Felljacken. Felljacken. Boah, diese Teddy-Jacken. Da würde ich auch gerne nochmal die eine oder andere auch aus der alten Kollektion haben. Ärgere ich mich ein bisschen. Also wirklich super tolle Auswahl und wir sind absolut glücklich damit. Wir können ein durchweg positives Fazit ziehen, oder? Auf jeden Fall, ja. Das war unsere Inspiration und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Shoppen.